Ich hab heute ein Traumtor geschossen. Es ist soweit, Freunde. Ich hab jetzt endlich angefangen, meinen Schuss zu üben. Und es war zum Anfang eine echt schwierige Angelegenheit. Naja, Schnürsäcke war ja auch offen. Okay, der zweite Schuss war auch nicht viel besser. Durchlaufen. Dann bin ich ein bisschen aggressiv geworden und hab ernst gemacht. Und ich finde, die Schüsse jetzt können sich auf jeden Fall sehen lassen. Okay, außer den jetzt hier. Den hab ich jetzt echt wieder verkackt. Meine Schusstechnik wird besser. Aber mein Kollege hat mich komplett vorgeführt. Mach jetzt den schönsten Knuckleball mit dem Yannick Früß dabei. Naja, dann merkt euch auf jeden Fall seine Worte. Das ist dann dabei rausgekommen. Knapp. Ich wollte unbedingt noch ein Traumtor schaffen. Und wisst ihr was? Ich hab es auch geschafft. Nach diesen zwei Pfostentreffern hab ich mir den Ball noch einmal geholt. Durchgeatmet und komplett konzentriert. Dieses Traumtor seht ihr jetzt im Originalton in meiner Story.